wieder willkommen und wir sind ja hier in der Festung von Helden drin mit dem Eichelkopf hier Hallo Dich meint ich nicht aber wenn du mich angesprochen fühlst ist nicht mein Verbot Wir machen uns besser auf den Weg Das sind zwei ja nur ein Witz und doof! Ich! Die Stimmen sind mir wirklich zu leise ich guck mal ob ich da irgendwas tun kann die die Gesamtlautstärke Effekte schlust ab den Stimmen sind noch leise ich dafür dazu glaube ich streite sieg mal also war wo Wunderlich ziemlich laut haben das nicht nur gut ich habe das heißt das ist auch nicht so wichtig und ich habe es schon nicht immer wie es ist gegen diese freundlichen und dann kann sie auch durch das ging vertreten und findest ich werde über eure sachen er liegt an sich fest und das stellt ein wenig und schlicht werden nun sollten in Berlin ich bin auch die Tüchel die Tüchel und die Tüchel die Tüchel Melli zu sehen Prozent ein Vorhinein so wird sich was sexy ausziehen ich habe ja und was die verdammte Tür auf danke m k k k k das ist ein billiges Eiseneinschwert durch die sich auf zwei Hände ja aber die Leichtungsgruppen die Säure noch besser im Land wenn ich nicht so ab hier zu tun sie ich war mal kurz mal danach habe ich hätte ich bin ganz nahe das ist wirklich der Klerk entgegen das Eisendet und ich habe dich noch was jetzt leckts grad komischerweise hat das Spiel ja jetzt schon nicht und nicht so lange für den PC und eigentlich schon ein anderes Spielstand da hat es nicht so leckte gerade Rapsen dann sind bestimmt es kann sein aber es ist nämlich erstens bei Sturm und gilt die gleiche Anzeiten sollten der direkt weiter auf die nächste Eichentür die ganze Zeit gegen die Eichstum mit mir gar nichts von mir das ist es ist die erste Karte hat das Lecker hat komischerweise ein bisschen das ist das heißt sie wissen ziemlich die Sturmmittel sind auch komischerweise friedlich gesinnt die Stürzen sind Frieden die Sintergrundgrundstuf an uns nicht eingestürtten jetzt schlägt mein Kumpel die von hinten machen gar nichts Prozent wir können jetzt ein bisschen Backels ja es kann sein das ist der Schwerer auch gerade die ganze Zeit des Dings das ist so das ist es ich bin gar nicht gut die 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 es ist ganz anders an die Hälfte als zweiter und zu viel besser und ich habe hier die Arzt-Gruppe meinten ein paar ein bisschen mehr um die Hälfte mit dem Slipper er hat bei dem Slipper und haben ihn sein Abbruch ich krieg von den Abbruchten die die Düsseldorf blockiert war ja klar das man aber bei uns da Alter bist du echt so dämlich ja das ist die Tür gegen jetzt rennt er weiter in die Wand das sind gerade los wohl in der Partei ist ein bisschen Bagi gerade irgendwie und ich kann doch nicht mit dem Reden als da draußen so jetzt geht es wieder ein bisschen mehr ja jetzt ist er wieder normal jetzt rennt er nicht mehr gegen die Wand er war ein bisschen besser er ist so ein was das gerade sollte ich auch nicht jetzt in der Decke einstürztes bin ich hellseher er ist Bongo es ist gut das ist ja nicht vorgesehen von Kamp und das ist ja nicht vorgesehen von der Mann und die Begründung sind ich habe in beiden Jahren das scheiße in den Schönen und eigentlich muss die Gäste ausgabe ich wissen dass man es gibt aber auch was die Hälfte das liebe ich an sich dieses Beispielungsgeber gemacht er hat ja soweit so stark ist er und ich habe das was er da ist es nicht nur einig kommt abhakt mit zwei Jahren und so ein paar Meter hochschmeißen das ist schon lustig wenn du sagst es ist lustig ja nicht ja schon aber nicht dass es wieder spoilern ist ja ja das ist die louis theorie also kompletter bullshit alter einen händchen gegeben wenn es einfach ist es cool solltest du aber nicht ja ja das solltest du aber nicht beim spiel ein ausdruck gemacht und wieder ein ausdruck gemobbt wenn die Bücher lesen kann ich später mal durch die uns auf pausen drücken und das ist ja das ist ja und ich habe auch bei ihm gesehen und ich habe keinen das ist nur die Idee ist kein Nachmacher ich bin der bewunderte ich habe es geht endlich langes wochenende und ein Monat ein paar holler holler holen ha 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 verbannt ja der hat alle unsere Videos gelöscht dieser Hurensohn ok das hätt ich jetzt nicht sagen doch halt so oh Granatenfehl Granatenfehl oh gruselig oh Meckerzug Meckerzug mein Meckeranzug einen Moment nein meiner oh oh was ist Faschist ja der Jungs hat alle unsere Videos gelöscht ich habe ja nicht alle gelöscht nur einen hab ich ja gelassen da hat er gemerkt hat ja das Video gelöscht löschen wir mal den Posten ganz Kanalen ja 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 ich weil die Sösen ist so leicht an uns das ist ein bisschen guck mal ich kann es ja nun den Klärer ohne Wietze Rundfunk das Leben soll jetzt ist sie auch geteckt Echt mal, Depp! Oh mein Gott, doch zu, Mann! Oh, das will ich sehen! Schlag doch zu! Sollen da, ey! Wollen wir mal ein anderes wie Fraps hier legen, Mann! Wieso? Weil mit Fraps ist das ein bisschen lang. Hä, es gibt aber sonst so Testversionen! Es gibt noch andere Programme, aber schon was die Welt ist. Ah, da sind aber alle Bruchschild. Ja, das ist doch besser als Fraps. Oh, mit dem Kartan hat er mich gesnackt. Oh, nein, lass Fraps. Ja, aber Fraps leckt ziemlich. Ja, das gibt aber... Keine Ahnung, das hat manchmal einen Hänger. Alter, die haben zwei... ...Meg-Einstellungen umgestellt als deiner geleckt hat. Ich habe genug von euch! Oh, ho, ho, ho! Einfach nur Skopen Headshot reingedrückt. Du, was hast du eigentlich umgestellt als deiner geleckt hat? Töne, das ist ja nicht! Du hast mal einen Video-Konverter, das war bei Koberto. Ja, da war ich auch nicht. Ja, das ist auch nicht! So. ich war gut was kommt es um sich jetzt irgendwie keine Ahnung warum dreimal zu klicken muss bis zu einem schlägt keine Ahnung Prozent der Mann im Ausblick kann damit nichts zu tun um und das läuft so was ich bin an der Spielstand Toro und Lüge und vor allem und die Gruppe auf der Xbox gespielt so ein paar Minuten und ich hatte schon auf die Xbox mit durchspielt Freunde und ich muss das sein das ist das da ist das Gameplay einfach viel leider ja und er ist frei und zwar ist folgend sein wird im Grunde genommen zumal Geldbeutel m näher ich bin es ist ich bin und hat zu machen Lenz Orsieberg geflogen schlagt doch zu Gott noch ein da den Schädel durch geschlagen wo er ist die eigene weg geflogen zweiter muss die angucken für die schlagen die riesige auf die riesen frostbiss spinn ist an der seite vom raum geflogen Krupp lustig auch das ist der der freund bin ich irgendwie aus und zurückgelassen habe würde jetzt sagen dass er wäre dort versuchten vorbeizuschleichen aber nein Ich werde ihn jetzt angreifen. Und wieder ins Blaschli. Ins Herz werde ich lochen. Und hier geht's raus. Ziel Himmelsrand. Und jetzt ist die Aufnahme zu Ende. Nach dem Ladebällschirm. Und jetzt bleibt die Aufnahme zu Ende ungefähr einer Minute und dann hörst du auf. Ja, ist gut. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, ich lasse noch laufen, weil ich die Balladebällschirm zu Ende machen will. Ja, noch 30 Sekunden. 20. 19. 18. 17. 16. Jetzt mal hör auf, Junge. Sag mal, wenn es 5 Sekunden sind, dann mach ich sofort auch noch. 20. 9.